Ja moin zusammen, super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Fehlstart von unserer Borussia, Fragezeichen, Elwedi vor Verlängerung und was wird jetzt eigentlich aus Hannes Wolf, das gilt es heute zu besprechen und ich bin wieder da, meine Stimme noch nicht ganz, aber es war ein super Urlaub, viele, viele Leute getroffen, viele federierte Bekanntschaften und ja, meine Stimme, die wird sich auch wieder erholen und jetzt legen wir wieder volle Kanäle los mit Borussia-Content, da freue ich mich riesig drauf und ihr könnt natürlich auch ein kostenloses Abo dalassen und natürlich auch einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Ja, und es gilt natürlich zu besprechen, Borussias Fehlstart, hat Borussia einen Fehlstart hingelegt, wenn ihr sagt, nein, Daumen nach unten, wenn ihr sagt, ja, Daumen nach oben, ich würde mal so sagen, von der Art und Weise, wie wir spielen, auf keinen Fall, ich finde, du siehst eine stetige Verbesserung, also Leverkusens Spiel war schon schwierig, aber gegen die Bayern, dazu kommen wir jetzt gleich, fand ich die Leistung, gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr ansprechend, mit einer guten Körpersprache, mit einer guten Mentalität, klar, von den Punkten her musst du sagen, ist es ein Fehlstart, aber von der Leistung her finde ich nicht, also die Jungs ergeben alles, ich finde, man sieht Verbesserung und ja, ich bin euch noch eine Spieleinschätzung von mir schuldig, ich habe das Spiel mir auch gerade nochmal angeguckt, weil ihr wisst es, wenn man dann im Bierkönig so ein Spiel guckt, dann weiß man am nächsten Tag auch nicht mehr alles, ja, also über Nikolas müssen wir, glaube ich, nicht reden, was ich schon im Vorfeld gesagt habe, hat sich dann im Spiel eigentlich gegen Bayern bestätigt, der Mann ist unheimlich stark auf der Linie, also wirklich groß, ich glaube 1,93, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber 1,93, glaube ich, ist er, kommt, also was gegen Bayern auch auffällig war, er ist auch sehr gut beim Rauskommen, ist oft rausgeflogen mit der vorgestreckten Faust, hat da auch einige Bälle noch verhindert, teilweise wirklich Wahnsinnsparaden, ich erinnere mich, glaube ich, an den Kopfball von, ich weiß nicht, das war Gnabry, wo er den mit der Schulter noch so rausholt, oder den Lattenschuss von Sané, den er an die Latte lenkt, das war schon Wahnsinn, also die Leistung von Nikolas, die gilt es nicht hoch genug zu schätzen, und das ist dann bei mir eine Eins, auch wenn er zwei Gegentore gefangen hat, an denen er nichts machen konnte, aber da haben wir, wenn er die Leistung konstant abrufen kann, dann mache ich mir im Tor gar keine Sorgen, auch wenn Omlin noch länger ausfährt, weil das, was ich da gesehen habe, Chapeau, muss man einfach so sagen, also Fußballrecht kann ich ihn jetzt noch nicht so wirklich bewerten, ob er da Schwächendefizite hat, aber auf der Linie und beim Rauskommen war das gegen Bayern sensationell, bei Wöber, also von einem Typen her haben wir einen geilen Typen bekommen, in der ersten Halbzeit glaube ich auch einen Linksschuss neben das Tor gesetzt, wo Neuers ihn rausspielt und er knapp am Tor vorbeizieht, hatte aber auch seine Probleme mit Sané, hat ihn in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut im Griff gehabt, aber man muss auch sagen, Sané hatte einen sehr, sehr starken Tag, und das ist dann auch nicht leicht, konnte dann auch nicht alles unterbinden, aber ich finde, ja, auf der linken Seite ist Wöber schon, gerade in der Defensive eine Bereicherung, und das kann man auf jeden Fall erstmal so weiterlaufen lassen, zu Luka Netz kommen wir gleich noch, was für ihn natürlich dann schwierig ist, ja, Torvorlage übrigens auch sehr, sehr wichtig, ich glaube, Ecke, Plea, Wöber auf Itakura, und im Kopf, also Kopfballstärke sind wir, bei der Kopfballstärke sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, und deswegen gebe ich da Wöber, ich finde so, zwei Minus ist schon ziemlich gut, und zwei Minus würde ich ihm geben, Itakura hat noch, hat uns, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch den Kopfball von Goretzka von der Linie geholt, hat ein Tor gemacht, konnte dann auch nicht alles verhindern, also ich glaube, man muss die erste und zweite Halbzeit auch unterscheiden, die erste Halbzeit war top, aus meiner Sicht, die zweite Halbzeit war dann nur noch Abwehrkampf, da sind wir in einen Angriff nach dem anderen gelaufen, und mussten einfach alles verteidigen, und man muss auch ehrlich sein, also wenn wir Pech haben, geht das Ding auch höher aus, in der zweiten Halbzeit definitiv, aber die erste Halbzeit war sehr gut, Itakuras zweite Saisontor jetzt schon, ja, es ist eine tolle Leistung gewesen, also, ich schweinke so zwischen der Eins und der Zwei, weil es wirklich sehr, sehr gut war, ich gebe ihm aber mal eine Eins Minus, ich finde so, das ist so der gute Mittelweg, dann bei Friedrich, hat ein Lattenkopfball gehabt, da sind wir in der Kopfballstärke, auch wenn wir dann, ja, einen Kopfball zum Gegentor gefangen haben, von Ten, eigentlich gut aufgestellt, ich tue mich doch ein bisschen, weil, am Tempo hat es ja nicht gelegen, viele kritisieren bei Friedrich immer, Tempo war jetzt auch am keinem Tor, aus meiner Sicht direkt beteiligt, bei der Ecke zum 2-1, da standen mehrere drumrum, das war glaube ich nicht Friedrichs Mann, ich glaube, da war Neuhaus auch so ein bisschen mit im Boot bei Tell, würde ich ihm eine 3 geben, weil ich ihn nicht schlecht gesehen habe, ich habe ihn nicht schlecht gesehen, auf gar keinen Fall, bei Skelly, ich tue mich bei Skelly schwierig, also der Mann ist noch jung, ganz klar, aber offensiv ist mir das oft zu wenig, klar, mit Ngumu, einen sehr, sehr offensiven Mann vor dir gehabt, das gleiche ist dann auch mit Honorar, es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir über Skellys Seite extreme Probleme gehabt, also viel lief wirklich über Sané, ja, in der zweiten Halbzeit, ich glaube, Coman hat dann auch Ngumu mal schlecht aussehen lassen, aber ich fand die Wirber-Player-Seite eigentlich stärker, ich fand die Wirber-Player-Seite stärker, deswegen gebe ich Skelly eine 4, es ist hart, aber ich glaube, ja, ich glaube, dann kann da eine 4 geben, Weigel fand ich gut, hat sich auch nach vorne eingeschaltet, hat da auch in der ersten Halbzeit einen Torschuss, wo Plea den Ball einmal, ich glaube, es war ein Freistoß, rüberlegt, das hatte so Florenz-Vibes damals, von Stindl, der dann leider nicht reingeht, wird gut gehalten, ansonsten sehr, sehr solide, also solide Leistung von Jule Weigel, ich fand, ja, es war auch von der Körpersprache, er geht voran, es ist, ich gebe ihm eine 3, Rocco Reitz, Rocco Reitz bringt eigentlich das mit, was ich auf der Transferphase so ein bisschen noch gesehen habe, was uns fehlt, so ein bisschen Ekligkeit, wirklich sehr aggressiv, aber auch eine sehr, sehr gute Übersicht im Passspiel, das gefällt mir sehr, sehr gut, auch diese Grundformation mit diesen 2-8ern davor, finde ich sehr, sehr gut, ohne diesen klassischen 10er, finde ich das wirklich eine gute Alternative, gerade wenn Kone zurückkommt, kannst du natürlich sehr, sehr gut nach vorne mit Kone durchschieben, durch seine explosiven Läufe, ich glaube, so sollten wir auch in den nächsten Spielen rangehen, jetzt erstmal Länderspielpause, aber Rocco Reitz bringt halt wirklich ein Element mit, was wir so noch nicht haben und ich fand ihn sehr, sehr stark und dafür gibt es bei mir gerade auch, weil es sein erster Auftritt von Anfang an war und dann schon so souverän zu kicken, ist dann eine 2+. Ich fand auch, auch wenn mich viele wieder in den Kommentaren dafür haten werden, weil ich ein Neuhaus-Freund bin, ich fand Neuhaus auch verbessert, muss ich sagen, ich fand Neuhaus auch verbessert, das hat mir deutlich besser von der Körpersprache auch gefallen, hat auch, glaube ich, schon ein paar Mal mit dem Schiri diskutiert, hat sie jetzt auch nicht so die offensiven Akzente gehabt, hat einmal rausgelegt auf Hülber, wo er abgeschlossen hat, aber ich fand auch Neuhaus nicht verkehrt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich fand Rocco Reitz stärker, klar, aber ich fand Neuhaus jetzt im Verhältnis zum Leverkusen-Spiel deutlich verbessert und das will ich einfach von dem Florian Neuhaus aussehen, dass er sich nach seinen Verletzungen jetzt einfach deutlich steigert, von Woche zu Woche, das hat er getan und ich gebe ihm mal eine 3, ich gebe ihm eine 3. Vorne hingen wir dann so ein bisschen, also Schwanchera hing halt in der Luft, hatte kaum Aktionen, ich weiß jetzt nicht, ob eine 5 überbewertet ist oder zu schlecht bewertet ist, ich fand, er hatte halt keine Aktion, er konnte sich nicht richtig durchsetzen, ist dann auch schwierig, ich gebe ihm aber mal, ich fand Schwanchera und den Gummo nicht gut, muss ich sagen, ich fand Schwanchera und den Gummo nicht gut in dem Spiel, aber ich muss ja auch irgendwie meine Meinung sagen und nur ihm eine bessere Note zu geben, damit ich nicht fies bin, ist ja auch irgendwo falsch, deswegen gebe ich Schwanchera und den Gummo, ich fand beide irgendwie nicht, entweder ich habe das komplett falsch gesehen, aber ich fand, beide hatten nicht so eine wirkliche Bindung zum Spiel und gebe ihnen dann beiden eine 5. Player fand ich, also Player hat mir sehr gut gefallen, auch im Defensivverhalten, sehr nach hinten gearbeitet, gefährliche Standards, sehr gute Standards getreten, auch die Ecke mit zum 1-0, dann noch ein Ding von Weigel aufgelegt, hat sich bemüht, hat hinten gute Zweikämpfe geführt, ich fand, so will ich meinen Player sehen, ich bin ein riesen Fan von Player und deswegen gebe ich Player, fand ich ihn stärker als ein Neuhaus, ja, ich gebe ihm eine 3, 3 plus, ich fand Player gut, ich fand Player wirklich gut und was mir auch positiv aufgefallen ist, die Einwechslung, einfach, alle Spieler spielen bei uns wieder eine Rolle, ob es ein Toni Janschke ist, der reingekommen ist, ich fand einen Jordan auch gut, in der 60. 62. wo er reingekommen ist, hat noch, fand ich, hatte mehr Körperlichkeit als Schwancherer, konnte sich besser durchsetzen, auch wenn er jetzt keine gefährliche Aktion hatte, hat das schon sehr, sehr gut gepasst und ich könnte mir da auch mal einen Wechsel vorstellen, ich glaube Jordan wird auch gut mit Player harmonieren und deswegen, ich will jetzt nur Jordan bewerten, weil er als erstes reinkommt, das fand ich, fühlte er den ersten Auftritt gut, hat sich angeboten, hat sich auch fallen lassen, das fand ich eine 3, das war eine wichtige Einwechslung, obwohl wir eigentlich kaum noch Entlastung hatten, ja, Rührig kam rein, als, ja, schwierig zu bewerten, Janschke hatte, hat hinten noch seinen Job irgendwo solide gemacht, Nico Ewe, die, ja, da muss man mal gucken, was da, was da jetzt rauskommt und, ja, wo wir schon beim Thema Nico Ewe, die sind, der Wechsel ist geplatzt, für ihn war die Situation unbefriedigend, was ich verstehen kann, im Training und dann nicht zu spielen, Vertragsverlängerung, wenn er 20 Spiele macht, ist die da, fühlt sich unheimlich wohl am Niederrhein, ist jetzt erstmal, würde ich sagen, Backup für Skelly, ob man jetzt den Vertrag verlängern sollte, ich tue mich damit schwer, weil er hat ja eigentlich gesagt, er will was Neues machen und jetzt ist er halt da, wo er, glaube ich, ja, nicht glücklich drüber ist und er wird, ich glaube, man sollte auf Friedrich Itakura Wöber da hinten in der Innenverteidigung bauen, Roland Wirkus hat es ja auch gesagt, Wöber kam ja schon als Elwedi, möglicher Elwedi-Ersatz und ich glaube, ich würde Elwedi als Backup für Skelly stellen oder mal für Skelly eine Pause gönnen, aber ich finde, Friedrich, der sich jetzt eingespielt hat, aus meiner Sicht stärker wird, ein Wöber, der immer stärker wird, ein Itakura, der stärker wird, jetzt einen von den Jungs rauszunehmen, fände ich nicht fair und Seohane ist auch nicht dafür bekannt, jetzt irgendwie Leuten einen Bonus zu geben, nur weil sie ihren Vertrag nicht verlängert haben, ich finde die Einwechslung sehr, sehr gut, er macht auch vor, glaube ich, keinem Namen Halt, dazu kommen wir jetzt gleich noch und ja, es wird schwierig für Nico Elwedi, also jetzt nur den Vertrag zu verlängern und dann noch eine möglichst höhere Ablöse zu bekommen, ich meine, er wird sich ja wahrscheinlich verlängern, wenn er die 20 Spiele hat, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu der Causa Elwedi haltet, ich habe da meine abschließende Meinung tatsächlich noch nicht gemacht, bei Hannes Wolf gab es so die Gerüchte, dass er nach Kroatien geht zu Dynamo Zagreb, das hat aber, wurde mittlerweile dementiert, Hannes Wolf war auch wieder nicht im Kader am Samstag, es gibt glaube ich noch ein paar Länder, wo die Transferphase auf ist, ob sich da jetzt die nächsten Tage noch was tut oder nicht, sei mal dahingestellt, ganz schwierig, ganz schwierig der Fall, weil du hast mit Robin Hack einen auf der Bank, der jetzt auch nicht gespielt hat, wo ich ein bisschen schon verwundert bin, weil er in der Vorbereitung relativ viele Spielanteile bekommen hat bei Robin Hack und jetzt relativ wenig und ich glaube, dass Hannes Wolf dann wirklich in der Saison fast keine Rolle spielt, fast keine Rolle spielt, was natürlich, ja, dann schon irgendwo einer der größten Transferflops von Borussia in den letzten Jahren ist, also wenn nicht sogar dieses Jahrtausends, also Hannes Wolf hat schon dann so, ich glaube, der wird schon in die Top 5, der, wenn ich jetzt mal überlege, der Flop-Transfer ist in diesem, sagen wir mal, diesen letzten 10 Jahren, ist er bestimmt in den Top 5, ne, Konkurrenzkampf ist auch für Florian Neuhaus da, das haben wir gesehen, ähm, ja, Rocco Reitz ist da, der will, der bringt Aggressivität mit, aber ich, ich bleibe dabei, Florian Neuhaus habe ich deutlich verbessert gesehen, wenn Kunet zurückkommt, glaube ich, wird der auch Strecke, sag ich mal, in den nächsten 3, 4 Wochen deutlich, deutlich zulegen und ein Kunet wird gesetzt sein, also ein Kunet, gerade in dieser Formation, die mir sehr gut gefallen hat, Neuhaus, äh, Weigel quasi als einziger Sechser, wirklich diese Holding Six, die er dann irgendwo spielt, diesen Quarterback ähm, und davor zwei Achter mit Reitz und Kunet, ich finde, das ist, hat Zukunft, ähm, und da muss Florian Neuhaus ja, auch um seinen Platz kämpfen, ich glaube, Rocco Reitz wird den nicht freiwillig räumen und das ist auch so ein Ding, wo ich Seohane dann auch zutraue, dass er den auf die Bank setzt, ne, ähm, wir haben die Konkurrenz in der, in der Position und dann finde ich das auch sehr, sehr gut, dass er, äh, ja, auf Rocco Reitz da einfach setzt, wenn er es natürlich verdient hat, ne, ähm, Rocco Reitz muss auch seine Leistung bringen, ne, ganz klar, Kramer und Kunet, wie gerade angesprochen, kommen zurück, bei Kramer, boah, das wird auch, also bei Kramer sehe ich in diesem, also sehe ich ganz schwierig, dass er da schnell in die Mannschaft reinkommt, weil Weigel ist aus meiner Sicht gesetzt, ich glaube, nur wenn Weigel sich verletzen sollte, ähm, könnte Kramer schon die Position auch von Weigel übernehmen, auf der Acht sehe ich Kunet Neuhaus und auch Reitz aktuell deutlich vor ihm, ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was aus Chris Kramer wird, aber, ja, ist gut, dass die Jungs fit werden, weil dann haben wir mehr Konkurrenz und auf Kunet freue ich mich ehrlicherweise wieder, ähm, ja, und jetzt die Frage, ist es ein Fehlstart oder nicht, ähm, ich finde von, von der Mentalität, von dem Spielstil, Leverkusen jetzt mal ausgeklammert, kann man jetzt nicht von einem Fehlstart sprechen, von den Punkten her musst du von einem Fehlstart sprechen, aber wir haben halt auch gegen Leverkusen und Bayern gespielt, trotzdem stehst du natürlich auch bei allem irgendwann unter Druck, das wird so kommen, ähm, wenn du jetzt in den kommenden Spielen halt nicht punktest, ne, klar, es ist eine Entwicklung, aber Fußball ist dann auch irgendwo ein Tagesgeschäft, ne, du musst halt Punkte einfahren, und, ähm, die müssen dann in den nächsten Auswärtsspielen kommen, also, jetzt geht's, wir können mal kurz auf die Tabelle gucken, dieses Jahr nach drei Spieltagen nicht aussagekräftig, was klar ist, wir müssen weniger Gegentore fangen, dann geht's, ja, in Darmstadt, wo du eigentlich schon fast einen Dreier holen musst, ähm, ganz klar, und dann zu Hause gegen Leipzig, ich glaube, wenn wir, Leipzig ist sehr, sehr gut drauf, aber wenn wir die Leistung wieder abrufen können, die wir gegen Bayern gezeigt haben, womöglich noch mit einem Kone, ähm, mit einem Jordan eventuell mal in der Startelf, dann traue ich uns gegen Leipzig einiges zu, dafür müssen wir aber die Leistung wieder abrufen, können uns noch ein paar Mannschaftsteilen verbessern, und dann, ähm, zu Hause gegen Bochum, also, du musst, das ist, du musst gegen Bochum und Darmstadt, glaube ich, vier Punkte holen, dann hast du nach sechs Spieltagen, wenn wir gegen Leipzig, ähm, ja, nicht zohlen sollten, hast du nach sechs Spieltagen mal Minimum fünf Punkte, was jetzt auch nicht die Welt ist, ganz klar, aber du wirst dann auch noch Gegner haben, die du zu Hause auf jeden Fall schlagen kannst, und auswärts, aber du musst dann irgendwann ins Fahrwasser kommen, weil, ja, dann zu Hause gegen Mainz, und dann ist Derby-Time, dass du dann wirklich die Punkte holst, ne, also, wenn du irgendwann gegen Bochum, Darmstadt, ja, zu wenig Punkte holst, dann holt dich das irgendwann auf Strecke in der Saison ein, ne, und wir haben schon, äh, ja, auch Mannschaften gesehen, ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren mal Leverkusen, die auch, oder ein paar Jahren, das war ja unter Seohane dann, äh, die auch dann irgendwann mal unten reingerutscht sind, obwohl sie eine massive, äh, massive gute Qualität im Kader haben, ne, das darf uns nicht passieren, wir müssen in den richtigen Momenten einfach auch die Punkte dann einfahren, das ist in Darmstadt, das ist in Bochum, das ist zu Hause gegen Mainz, und dann im Derby, wo du einfach auch Punkte sammeln musst, um, äh, ja, dich jetzt, sag ich mal, von Platz 16, wo wir jetzt sind, so ein bisschen peu a peu nach oben zu arbeiten, Kontinuität in den Leistungen zu zeigen, die zu verbessern, und ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, von der Einstellung passt das, und, ja, also wie gesagt, Fazit, Semi-Fehlstart, würde ich jetzt mal sagen, Wömer, ja, hatte, war physisch müde, deswegen wurde ausgewechselt, Skelly war angeschlagen, und auch Lucanetz ist weiterhin nicht dabei, ähm, der wird wahrscheinlich auch dann in zwei Wochen in Darmstadt wieder dabei sein, oder nächste Woche dann in Darmstadt wieder dabei sein, jetzt ist Länderspielpause, was vielleicht auch ein bisschen schade ist, weil wir gerade eigentlich so, ja, wieder eine Leistungssteigerung gesehen haben, ähm, Lucanetz, wenn Wömer, ja, die Position da auf links hält, wäre es dann auch für ihn eine sehr, sehr große Enttäuschung, glaube ich, wenn man sagt, wir setzen mit Itakura und Friedrich in der Innenverteidigung, die spielen sich langsam ein, Wömer hat einen soliden Job gegen Bayern gemacht, ähm, dann findet sich Lucanetz leider wieder auf der Bank wieder, ne, das ist, tut mir unheimlich leid für den Jungen, weil ich viel von ihm halte, jetzt auch die Verletzung, die jetzt sich auch schon wieder so ein bisschen hinzieht, die muskulären Probleme, und da bleibt schon mal abzuwarten, ähm, ja, wie Lucanetz dann zurückkommt, und, ich habe genug gequatscht für heute, ich würde mich trotzdem über einen Daumen freuen, über, ähm, ja, eure Einschätzung auch zum Spiel, und morgen ist wieder Fan-Talk, und macht's gut, ciao. Wir sind Borussia, bandsYchiexen, wie sie dir sind, da ist kein Jackfeuer, Leidenschaft, für den besten Verein der Welt, bollschiess Borussia, Raute ist, was hier zählt, alle Bleichkeiten, просport, den besten Vereinen werden, Oh